Mein Name ist Maurice Telcher, ich bin Gründer und Geschäftsführer von der Inventry GmbH. Wir haben uns auf IT-Support und IT-Infrastruktur-Themen mit Schwerpunkt IT-Sicherheit spezialisiert, insbesondere für die Branche Transport und Logistik. Der Vorteil für die Scope-Kunden der strategischen Partnerschaft zwischen Riege und Inventry ist primär, dass die Grenzen zwischen dem Thema Software und dem Thema IT-Infrastruktur und IT-Support verschwimmen und somit nicht mehr harte Grenzen wahrnehmbar sind für den Kunden, sondern wir Hand in Hand arbeiten, auch wenn es zwei unabhängige Unternehmen sind, die dadurch einen kostenfreien Mehrwert bekommen, der so einzigartig am Markt nur für Kunden von Riege und Inventry verfügbar ist.